Wenn man heutzutage Legacy spielen möchte, geht das eigentlich nur noch mit Scam und dementsprechend schauen wir uns eine neue Version von Scam an, die man spielen kann, die mir persönlich sehr viel Spaß macht. Nicht so stark ist wie Ubi Scam, aber immer noch den Leuten Kopfschmerzen bereitet. Die Rede ist von Orzhov Scam. Orzhov Scam ist ein wunderschönes Deck, meiner Meinung nach, da ich Orzhov einfach liebe. Orzhov ist für mich einfach die Farbkomite, die ich am meisten liebe. Wir gucken uns das Deck mal an. Wir haben vier Wastelands. Vier Wastelands, mit denen wir gegnerische Länder kaputt machen. Non-Basic Lands in diesem Fall, weil Non-Basic Lands sind unser Feind. Wir wollen gerade sowas wie ein Tabernakel oder so einfach loswerden. Dementsprechend haben wir vier Wastelands. Dann haben wir vier Marshflats und ich zeige sie mal so in die Kamera. Noch ein Flooded Strand und ein Polluted Delta, einmal Blau Fetch, einmal Weiß Fetch, damit wir die weg haben. Dann haben wir zwei Shadowy Backstreets. Das ist das Land, das getappt ins Spiel kommt mit Surveille 1. Und tappt für Schwarz oder Weiß. Kommt halt wie gesagt getappt rein. Kann man ganz cool fetchen, mal so End of Turn, wenn man nichts anderes zum Fetschen hat. Dementsprechend keine schlechte Karte. Dann, wie gesagt, zwei Stück davon. Dann haben wir zwei Swamps, zwei Planes und dann haben wir vier Scrublands. Scrublands hier einfach, weil wir brauchen schwarzes und weißes Mana en masse. Und naja, schwarzes und weißes Mana ist super wichtig, dass wir es haben. Dementsprechend brauchen wir davon wirklich, wirklich viel. Ja, Scrubland, vier Stück, dementsprechend auch nicht so das günstigste Deck. Wie immer, schauen wir uns jetzt die Kreaturen an. Da haben wir vier Trolle von Khazadun. Gott, sieht denn der Kamera grau aus. Krass, ich hoffe, das kriege ich hier noch, dass man das einigermaßen gut sieht, dass das eine andere Farbe hat. Troll of Khazadun ist ein Sechs-Mana, Sechs-Fünfer, der mit drei oder mehr Kreaturen geblockt werden muss und Swamp-Cycling für ein Farbloses hat. Das heißt, man kann ihn abwerfen und kann eben sich einen Sumpf raussuchen. Unter anderem auch so lustige Sachen wie die Backstreets hier. Und ja, mega, mega coole Karte, macht sehr, sehr viel Sinn in dem Deck. Ist aktuell auch sehr viel gespielt, muss ich nicht so viel zu sagen. Genauso wenig muss ich zu Grief sagen. Vier Mana, drei, zwei Menace. Das heißt, wenn er ins Spielwerk kommt, das Charakter geht dann die Handkarten vor. Er muss eine abwerfen, die wir aussuchen. Und wir können für eine schwarze Karte die Karte ins Spiel kommen lassen, um dem wir eine schwarze Karte aus der Hand exilen. Und ansonsten geht er dann direkt in den Friedhof. Das ist wichtig und sehr stark. So, das ist der Scam. Was wir in diesem Deck auch spielen, sind vier Solitudes. Das sind fünf Mana, drei Zweier mit Flash, Lifeling. Und wenn er ins Spielwerk kommt, exilen wir eine andere Kreatur. Der Spielherrscher bekommt so viele Lebenspunkte, wie wir Power auf der Kreatur haben. Und ja, Evoque auch hier mit einer weißen Karte. Auch hier ganz wichtig, dass wir eine Menge Removal haben. Dazu kommen vier Orcish Bowmaster. Auch diese als Removal. Zwei Mana, eins, eins. Wenn sie ins Spielwerk kommen, schießen sie einen Schaden. Und wir kriegen am Maß Org eins. Das heißt, wir kriegen einen 0-0 Org, wenn wir noch keinen besitzen. Und dann eine Plus-1-1-Marke drauf. Wenn wir einen besitzen, kriegen wir einfach nur eine Plus-1-1-Marke drauf. Und immer, wenn der Gegner eine Karte zieht, außer die erste Karte in ihren Draw-Step, also egal, wie sie noch eine weitere Karte ziehen, schießen wir das Ganze nochmal. Auch hier wieder Removal, Blau-Hate. Sehr, sehr gut. Dann haben wir vier Stoneforge Mystics. Zwei Mana, eins, zwei. Wenn er ins Spielwerk kommt, durchsuchen wir unser Deck nach einer Ausrüstungskarte, bringen sie auf die Hand, mischen dann unser Deck. Und für zwei Mana tappen können wir eine Equipment-Karte von der Hand ins Spiel bringen. Das ist vier Stück. Ich bin noch nicht sicher, ob das der Sweet Spot ist. Ich bin den ganzen Tag überlegen, ob man auf drei runtergeht. Weil wir haben nur Platz für zwei Equipments. Normalerweise spielt man vier Stoneforge, drei Equipments. Aber wir haben so viel Platz nicht. Deswegen spiele ich aktuell vier zu zwei. Auf der anderen Seite kann man ihn eigentlich ganz gut auch mal zur Solitude dadurch pitchen, weil man halt genau weiß, hey, ich hab noch genug. Als Ausrüstung habe ich eine Line Sash, zweimal eine 1-1-Kreatur, die für ein weißes, ein Kart aus dem Friedhof existiert. Wenn die Karte ein Permanentes war, kriegt er die Plus 1-1-Marke. Und wir können die reconfiguren. Das heißt, wir können sie für zwei Mal auf eine Kreatur auftatchen. Und, naja, solange sie attached ist, ist sie keine Kreatur. Das ist super, super, super wichtig. Ganz viele Leute vergessen das oder machen das nicht und denken, warum soll ich denn das tun? Weil es wirklich wichtig ist und wirklich gut ist. Denn wir haben mit Line Sash eine Karte, die dann keine Kreatur mehr ist und nicht zerstört werden kann, zum Beispiel von Blue-Black-Scan. Weil die haben nur Creature-Removal drin. Deswegen, Line Sash, hier eine wunderschöne Karte. Ja, sehr, sehr gute Karte. Die weitere Ausrüstung, die wir haben, ist eine Kaldra-Complete. Sieben-Mana, Unzerstörbar, Living-Weapon, plus fünf, plus fünf, Erstschlag-Trampel, die Kreatur ist Unzerstörbar, hat Eile. Und immer, wenn diese Kreatur Schaden so fügt, wird die Karte exiled. Und sie hat Equip 7. Also, wenn die runtergeht, haben wir ein Problem. Aber ansonsten kann man die halt mal schnell benutzen, so ein Stormforge, um einen schnellen Bieter zu haben, um auszumachen. Deswegen eine sehr gute Karte. Der Name sagt schon, wir spielen Scam. Scam bedeutet in diesem Fall, dass wir eben Reanimate spielen. Vier Stück. Auch die sind teilweise sehr gut, eben mit Solitude, mit Grief, mit Bowmaster, auch mit dem Troll. Manchmal mit der Stormforge. Selten mit der Stormforge, aber manchmal mit der Stormforge. Dann Ephemerate. Vier Stück. Das ist eine Instant, wo wir eine Kreatur flickern, also sie vom Feld wieder ins Exile gehen lassen und direkt wieder ins Spielfeld kommen lassen. Mit Rebound. Jetzt wird's ein bisschen komplizierter. Denn, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Solitude, den wir spielen gerade. Wir haben eine Möglichkeit, dass wir ihn evoked haben. Kommen zwei Trigger auf den Stack. Das eine ist der Evoke Trigger. Das andere ist der Swords-to-Plow-Shares-Enter-the-Battlefield-Effekt, den er hat oder sie oder ist. Jetzt haben wir den Punkt, wir können darauf reagieren. Das heißt, wir können was von Methen exilen. Und bevor wir das Ding dann opfern müssen mit dem Evoke Trigger, können wir ihn mit Ephemerate flickern. Das bedeutet, die Karte geht raus und wieder rein. Und dann dürfen wir uns wieder Swords-to-Plow-Shares was exilen, weil die hat einen neuen Enter-the-Battlefield-Effekt. Aber der Evoke Trigger, der dann noch auf dem Stack ist, bezieht sich auf eine Karte, die nicht mehr vorhanden ist. Ihr müsst euch vorstellen, das ist sozusagen eine neue Instanz der Karte, wodurch sie nicht irgendwie getargetet werden kann für solche Sachen. Und das ist super stark. Zusätzlich hat sie noch Rebound. Das heißt, wenn die Karte zu Beginn des Versorgungsgezins im Exile liegt und wir sie gecastet haben letzte Runde, können wir sie gratis wieder casten und wieder eine Kreatur flickern. Das ist besonders gut mit Grief. Oder wenn wir noch mal einen Bowmaster beiflickern wollen oder mit Stoneforge eine zweite Karte suchen wollen oder so. Mega gute Karte. Wirklich mega gute Karte. Und Ephemerate macht hier den Weiß-Part richtig aus. Dann haben wir vier Swords-to-Plow-Shares. Ihr merkt schon, wir haben ein immens krankes Removal-Package hier drin. Vier Soliditudes, vier Swords-to-Plow-Shares sorgen halt dafür, dass wir immens viele Kreaturen exilen können. Dazu haben wir, das ist ja noch nicht fertig, drei Pest-Controls. Ich sollte auch eine hier hochlegen. Pest-Controls, eine neue Karte. Für zwei Mana-Sauce-Rubile zerstellen wir alle nicht landpermanent mit einem Mana-Value eins oder weniger. Und die können wir auch cykeln. Aktuell spielen wir drei davon. Die meisten Listen online spielen vier. Ich spiele aktuell drei. Hat die Bewandtnis, dass ich noch eine meiner Lieblingskarten hier in diesem Deck spielen kann. Dementsprechend spiele ich diese Karte. Non-Lad-Permanent Mana-Value eins oder weniger gibt es aktuell en masse. Wir treffen damit Delver. Wir treffen damit irgendwelche Mono-Black-Besiege-Storms. Wir treffen damit irgendwelche Artefakt-Synthesizer-Decks und, und, und. Und wenn die Karte nicht gut ist in irgendeinem Format oder gegen irgendein Deck, dann cykeln wir die Karte einfach. Und das ist wirklich gut. Oder wir werfen sie halt, weil sie schwarz und weiß ist, eben in Grief oder in Solitude rein. Dementsprechend mega gute Karte. Sehr, 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 sehr gute Karte. Sie macht sehr viel Spaß, ist sehr lustig. Kann ich wirklich empfehlen, die Karte ein paar Mal zu holen. Ich glaube, die wird wirklich, wirklich stark. Dann habe ich noch einmal die Karte Selbstbehauptung. Ich habe sie leider in Deutsch. Ein schwarzes, ein weißes, ein farbloses. Für zerstörende bleibende Karte und so weiter. Das ist mein viertes Pass-Control. Ich spiele lieber eine Selbstbehauptung, weil wir damit einfach auch ein Land zerstören können. Wir haben damit Auswahl aus einem Target-Removal. Manchmal möchte man halt einfach noch ein Target-Removal haben, noch zusätzlich, aber manchmal möchte man auch ein Land, eine Verzauberung, die zwei Mana kostet, oder eine Ensign-Bridge, oder irgendwas removen, was halt sonst das Deck nicht kann. Dementsprechend Selbstbehauptung. Sehr gute Karte. Und dann runden wir das Ganze ab mit zwei Thoughtsees. Wir haben vier Griefs, zwei Thoughtsees. Das ist schon eine ganze Menge. Gerade gegen sowas wie Combo-Decks ist es sehr, sehr wichtig, so viel Removal zu haben. Deswegen gute Karte. Gute Karte sollten wir auf jeden Fall mitnehmen und auch versuchen, da möglichst dem Gegner die Hand zu zerstören. Das ist das Mainboard. Das sind 60 Karten Mainboard. Gucken wir uns mal das Sideboard an. Und dort machen wir weiter, wie wir begonnen haben, mit zwei Thoughtsees. Macht ja auch Sinn. Dann haben wir zwei Nile-Rods oder Stab des Nichts. Zwei Mana-Atefakte haben keine aktivierten Fähigkeiten. Auch hier gegen Atefakt. Wir machen ein bisschen was gegen Atefakt-Decks. Aktuell läuft bei uns so viel Synthesizer und Scam rum, dass ich einfach dagegen was brauche. Dementsprechend zwei Nile-Rods. Zwei Lauren of the Third Path. Drei Mana 2-1 Wachsamkeit. Wenn er ins Spielwerk kommt, zerstören wir ein Atefakt-Enchantment. Auch der sehr cool mit dem Flicker-Effekt. Und wir können ihn tappen und zwei Spieler ziehen eine Karte. Mit dem Flicker-Effekt, das ist so gut. Dann hinzugehen und sagen, okay, Ephemerate, zerstör dir noch deine Ursassaga und dein Blood Moon oder sonst was. Mega gute Karte. Jetzt gibt es aktuell, weil auch hin und wieder mal Goblins gespielt werden, diesen fiesen Trend, dass man eben sowas spielt wie Turpo Orb. Gegen Turpo Orb spiele ich einen Katar-Kommando. Zwei Mana 3-1 Flash. Wir können ihn für ein Mana opfern, um Atefakt oder Enchantment zu zerstören. Super, super wichtige Karte dagegen. Ansonsten haben wir einfach nichts gegen Turpo Orb. Auch wenn Turpo Orb uns nicht ganz so hart bedrängt, aber es macht halt so viele Karten von uns nutzlos, dass ich sagen muss, ich hätte gerne eine Karte da in meinem Sideboard gegen Turpo Orb. Ich habe schon gesagt, Scammy läuft eine Menge rum. Layline of the Void. Enchantment. Wenn wir sie wegen der Staatshand auf der Hand haben, können wir sie runterspielen. Und wenn der Gegner irgendeine Karte in seinen Friedhof legt, dann wird die exiled. Wichtig gegen Scam, gegen Reanimator, gegen Dredge. Alle Sachen, die bei uns rumlaufen und dementsprechend wirklich wichtig für mich. Dann, weil wir sehr viel Removal haben, den wir rausborden können. Und wenn unser Gegner auch sehr viel Removal hat, wird unser Deck instant schlechter. Turak Dredd Cantor. Zwei Mana 2-1 mit Kicker. Schutz vor Schwarz und überwürdig eine Handkarte abwirft, kriegt er eine Plus-1-1-Marke. Schutz verweist, Entschuldigung. Und immer wenn der gekickert wird, muss der Gegner zwei Random Handkarten abwerfen. Sehr, sehr mächtige Karte gegen Control Decks, gegen Mono White Decks, gegen White Red Initiative, also Boros Initiative und so weiter. Deswegen, gute Karte. Sollte im Sideboard zweimal sein. Ist sehr, sehr wichtig. Man kann auch die Layline rausnehmen und kann dafür Voidwalker spielen. Finde ich aber persönlich nicht so gut wie die Layline. Und dann habe ich noch zwei. Mind Break Traps. Mind Break Traps kann man umsonst casten, wenn der Gegner drei oder mehr Spells gespielt hat. Manchmal verliert man halt gegen so was wie All Spells oder Combo oder auch gegen Scaminator, wenn die halt irgendwie einen ganz fiesen Move machen oder irgendwelchen Müll machen. Manchmal möchte man die Karte einfach in bestimmten Matchups haben. Man könnte jetzt auch hingehen und könnte an dieser Stelle irgendwas reinnehmen, was eher nur so Spells da macht. Aber man will halt keine Permanenten haben, die ein Mana kosten wegen dem Pest Control. Und zwei Mana ist schon wieder zu slow. Dementsprechend, ja, habe ich mich für die Mind Break Trap zweimal entschieden. Hier kann man auch was anderes drin spielen. So viel zu dem Deck. Das sind die Karten. Ich würde jetzt noch mal in den Deck Talk mit euch gehen, weil das Deck macht mir mega Bock. Ich habe so ein ähnliches Deck vor Ewigkeiten schon mal gespielt. Also vor Ewigkeiten heißt wirklich vor, vor, glaube ich, fast anderthalb Jahren. Mit Ephemerate, Solitude, Grieve, Reanimate und dann tatsächlich dem Broadback, wo man für zwei Mana zwei Karten, die diese Runde auf dem Friedhof gegangen sind, wiederbringen kann. Damals war es noch nicht so stark, weil man einfach irgendwann von gerade den Artefaktdecks oder so überrannt wurde. Jetzt mit Pest Control hat man wirklich eine Chance gegen diese Artefaktdecks. Dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass das Deck mittlerweile besser geworden ist und die Meta sich auch dahin entwickelt hat, dass man dieses Deck spielen kann. Man hat unendlich viel Removal für die unendlich vielen Sachen, die einem irgendwie Scaminator entgegenbringen. Und man hat halt diesen ganzen doppelten Scam, Reanimate, Flicker-Effekt, was halt mega stark ist. Und man darf dabei auch nicht vergessen, die Karte kommt direkt wieder. Das heißt, ihr könnt auch im gegnerschen Drawstep mal so einen Grieve flickern, was dafür sorgt, dass der Gegner so eine Karte zieht und sie direkt abwerfen muss. Es sei denn, es ist eine Insta, dann kann er sie noch casten. Aber ansonsten muss er sie direkt abwerfen. Und da muss ich halt sagen, das gibt halt so viele coole Sachen, die man damit machen kann. Das Deck ist sehr interaktiv, es macht so viel Spaß. Und wer mich kennt, weiß, solche Decks sind bei mir direkt so ein ... Oh, geil! Und ja, das ist hierbei auch passiert. Ich hab's in einer Online-Liga geliebt, Magic Online. Ihr wisst ja, ich bin MTGO-Content-Creator. Und ja, das habt ihr auch schon gesehen. Ich glaub, zu dem Deck hab ich dann auch was hochgeladen oder es kommt demnächst noch, was hochgeladen wird. So ein kleiner Mini-Review zu einer Liga, die ich gespielt hab. Ich glaub, ich hab drei Ligen damit gespielt. Einmal 3-2, 3-2, 4-1. Und ja, werd's auf einem FNM noch mitspielen beziehungsweise auf einem Samstag bei uns im Fischkrieg. Und dementsprechend, ja, das kann ich euch noch nicht berichten, wie das lief. Was ich aber sagen kann, ist, vielen, vielen Dank an meine Patrons, an alle Leute, die mich unterstützen, Leute, die meine Videos schauen, Leute, die meine Videos liken, aber natürlich der besondere Dank an die Leute, die mich Monitor unterstützen. Die seht ihr alle on-screen. Und ihr könnt tatsächlich mich auch unterstützen, wenn ihr das wollt. Ich glaub, ab 3 Euro kann man mich unterstützen im Monat. Überlegt mal, ob ihr euch vielleicht 3 Euro im Monat irgendwie entbehren könnt, um mich zu unterstützen. Mir hilft das immens. Mir hilft das wirklich, wirklich krass. Und ja, deshalb vielen, vielen Dank an die Leute, die mich unterstützen, an die Leute, die es sich nicht leisten können oder wollen. Kein Problem, ihr könnt das Video auch liken, mich abonnieren, in den Kommentaren irgendwas schreiben, das euren besten Freunden zeigen und sagen, hey, guckt mal an, das ist ein neues Blackie-Video, das ist cool, guckt dir das an oder sonst was. Und damit könnt ihr mich auch unterstützen. Deshalb, schaut mal vorbei. Vielleicht ist, wie gesagt, Patreon was für euch. Ansonsten den Daumen nach oben da lassen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackzade. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.